Dramatische Bilder aus der Millionenmetropole Shenzhen, Südchina. Dieses 13-jährige Mädchen hängt am Fenster im dritten Stock und droht abzustürzen. Sie klammert sich fest, doch ihre Kräfte scheinen nachzulassen. Von unten müssen Menschen die aussichtslose Situation des Mädchens mit ansehen, aber nicht alle schauen tatenlos zu. Ein paar Nachbarn halten unter das Mädchen schließlich eine Bettdecke. Gerade noch rechtzeitig spannen sie eine rosa Decke auf, als das Mädchen plötzlich abrutscht und fällt. Doch das Mädchen hat unfassbares Glück. Es fällt auf die weiche Decke und knallt nicht ungebremst auf den harten Boden. Die 13-Jährige kommt zur Beobachtung sofort ins Krankenhaus, zum Glück aber äußerlich unverletzt. Dank ihrer mutigen Helfer und der lebensrettenden rosa Bettdecke. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.